Liebe Gäste, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete. Es ist wirklich eine sehr große Ehre für unsere Gruppe, das erste Mal auch Abgeordnete aus dem Bundestag empfangen zu dürfen, hier am 13. Saimer. Herr Kahl hat uns schon auch in der letzten Legislaturperiode, im 2. und 3. Saimer auch mit einer Gruppe besucht. Deswegen kann ich auch sicher sagen, dass die Intensität hochlangiger gegenseitiger Besuche zwischen unseren beiden Ländern auch wichtig ist und auch so bleiben soll.